Wir sind mit Hitler! Wir sind mit Hitler! Stahlheim Landesverband Groß-Berlin angetreten! Kameraden! Front Heil! Front Heil! Mannen, Marsch! Du solltest dich was schämen. Die Funktionärischen sind alle am Sammelplatz und du bockst und hockst hier zu Hause. Für den Generalfeldmarschall von Hindenburg trage ich unsere Fahne nicht. Ich nicht. Ihm ist der Krieg wie eine Badekur bekommen. Meinem Sohn hat es das Leben gekostet. Ach, du mach ja nicht in Gefühlsduselei. Es geht um eine politische Frage. Eben darum. Für Hindenburg trage ich unsere Fahne nicht. Wir haben Hitler! 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 Da wirst du vielleicht für Tillmanns stimmen. Ich gehe lieber zehnmal mit Hindenburg als einmal mit den Kommunisten. Ich stimme nicht für Tillmann. Aber auch nicht für Hindenburg. Du, jetzt reicht's mir aber. Wenn du jetzt nicht Disziplin hältst und sofort mit der Fahne kommst. Von alten Sozialdemokraten, da kann man eine andere Haltung erwarten. Ich bin ja auch nicht herbegeistert von Hindenburg. Aber als Betriebsräder der größten Berliner Werke, als alte Sozialdemokraten dürfen wir oder der Partei nicht in den Rücken fallen. Du kannst ja dir dein Teil denken. Aber nach außen müssen wir wie ein Mann zusammenstehen. Ich bin ja auch nicht herbegeistert von Hindenburg. Ich bin ja auch nicht herbegeistert von Hindenburg. Wählt Tillmann, den Kandidaten der Armen, für Brot und Arbeit, Wahlversammlung, Teddy spricht. Wählt Tillmann, den Kandidaten der Armen, für Brot und Arbeit, Wahlversammlung, Teddy spricht. Sozialdemokraten der Armen, für Brot und Arbeit, Wahlversammlung, für Brot und Arbeit, Wahlversammlung, Vorgang-Liene. Es ist die kommendeur für Brot und Arbeit, Wahlversammlung, die Rücken spielen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017